wo ist der andere? hier ok vielleicht ist es sogar sogar viel besser wenn ich zum beispiel streame über dings sagt man über meine aber media gamecatcher soll ich mal ausprobieren mit meinem besseren internet jetzt noch 107 davor war 159 krass hallo wieder raus so jetzt nur so mini bäumchen wo sowieso noch erste kommen ultime minuten und streamen es ungefähr 35 minuten vielleicht bei euch ein bisschen weniger vielleicht bei euch gerade fünf und elf minuten oder sowas wenn das so ist dann ich habe nur ganz kurzen stream gestoppt und wieder weiter gemacht er schreibt hat auch keiner was im chat stille zuschauer wahrscheinlich ich denke mal da dass er ja stille zuschauer gibt es ja auch ich bin auch meistens still stiller zuschauer wenn ich stream anschauen ich tue selten mal was im stream schreiben dann ist natürlich auch alle nehmen aber lieber sparen hier ist noch ein baum hier drüben ich dir direkt eins um die ecke das ist doch gut dann kann man den schön voll füllen voll füllen dann machen wir jetzt mal diese ganzen baum stimme noch voll und dann wenn wir die erstmal wenn wir die erstmal schön schön an den taun gepackt haben dann wird der stream erstmal zu ende sein dann wird der streamen dann wird der streamen so hier falls da ein problem geht und da steht auf einmal zwei videos mit mit let's play live dann muss ich das irgendwie bearbeiten ach du scheiße die ganzen weißen bastarde alter alter schwere Junge, ich wollte so schön da weitermachen und dann stören die mich. Ach, Mensch. Hier habe ich auch noch Fälle. Hier hatte ich mir glaube ich eine Bombe hingemacht. Hier habe ich auch noch drei. Aufgeladene Taschenampel. Ich habe doch keine Taschenampel. Achso, ja. Ich bin wieder ein bisschen verpeilt. So, was war nochmal? Münzen, diese Platine. Ähm, Alkohol. Was nochmal? Eine Uhr. Habe ich eine Uhr? Nee, ich habe keine Uhr da. Oder doch da. So, und Klebeband. Sehr gut. So, ich komme wieder rein. Die Neuermit habe ich sogar auch. Habe ich ja aber auch. So, wenn die noch da sind, dann begrüße ich sie mit meinen Katana. Ach. So, ich bin noch da. Was, hauen die ab oder was? Bisschen weiter runter. Ach, verdammt. Oh, hast du Schiss oder was? Der hat keinen Schiss. Oh. Ach du Kacke. Oh, der gleicht die ganze Bande hier her, ey. Wow. Der haut gleich ab. Sobald ich den Pfeil, ähm, den Bogen spannende. Oh, der ist ja auch. Oh, Gott. komm her alter, komm so jetzt print die aber alle beide, geil geil alter verreckt doch mal ich hab ne idee, die wollen nicht dann gehts wohl nicht anders da was alter ok vielleicht die dina weed noch klar ist dann komm komm her komm her komm her komm 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 Oh, Schwein, Alter. Alter. Dann verrecken, Wasser, ne? Alter. So, komm her, Alter, komm. Mal, verressen, Alter, wie viel noch? Jetzt geht's mir aber echt auf den Sack. Oh, hab ich mich auch getroffen. Alter. Ist hier endlich mal Ruhe? Meine Fresse. Gott. Gott, Alter. Ich würde sagen, ich hol jetzt mal den Baumstamm-Schlitten wieder rein. So, das Ganze noch reinfallen und verarbeiten an dem Taun. Und hier auch. So. Das Spiel ruckelt immer wieder ab und zu. Was ist denn da los? Verstehe ich nicht. Na ja, ich werde mir mal den Stream auf jeden Fall anschauen. Und ja, ich speise erst mal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute, wenn ich Live-Streame oder Videos mache. Bis dann. Euer Akumsi, 21. Yeah. Ja. Ja.